So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudi Nato und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Detroit Become Human. Meine zweite Staffel. Wir sind hier wieder mit Cornelius unterwegs. Wir sind wieder bei Amanda. Wahrscheinlich geben wir mit ihr jetzt eine Runde Rudern. Tatsache, wir gehen mit ihr Rudern. Der wird schon cool, ne? Oh, muss ich jetzt auch noch rudern? Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich spürte zwei Abweichler im Eden-Club auf. Ich hoffte etwas zu erfahren, aber... Sie konnten leider entkommen. So ein Pech. Du warst doch kurz davor, sie aufzuhalten. Nein! Du wirst... Du wirst... ...verloren. Verloren, beunruhigt. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Du hattest diese Abweichler im Eden-Club doch schon im Visier. Oh oh. Wenn deine Versuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor? Ich verstehe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. LL. Die Kacke ist ganz schön am Dampfen. Jetzt sind wir in dem Tower. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Tut mir leid, Lieutenant. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat es mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach, scheiße, jetzt sitzen uns die Fertz im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von vier Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist doch viel zu tun. Sie griffen auf dem Flur zwei Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen keine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Okay. Und dann haben wir halt den einen da erschossen. Einer der Mitarbeiter. In den Rücken geschossen, als er fliehen wollte. Eine Kugel direkt durchs Herz aus 15 Metern. Tja, so zielsicher können nur Androiden sein. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur zwei Angestellte. Und drei Androiden. Die Abweichlern am... Thompson Evan. So ist das ein tödlicher Schuss. Oh man. Und sendet die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind. Aber bei dem Wetter... Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen... ...den willst. Sie läuft auf dem Screen da drüben. Oh Lieutenant. Das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Es sollte wirklich ein Android hier sein? Nachdem was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI werden wir untersuchen. Es ist bald nicht mehr ihr Fall. War mir eine Freude, die scheint angenommen. Pass auf, wo der hinläuft. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arsch da. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Okay, okay. Also dann... Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Doch sie ist auch eine Wahrne. Unsere Sache ist gerecht. Und wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden leben. Bis wir frei sind. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig. Und wir fordern unsere Freiheit. Bäh! Könnte ja sein, ja. Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Ersatzteil. Was? Ah, da sind die Abweichler im Hintergrund noch. Regressiert als Markus. Geschenkt von Eliakamsky an Carl Manfred. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Eine blaue Mütze. Eine blaue Mütze. Und jetzt können wir mit diesen drei Opfern da reden. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB 300. Seriennummer 336 445 581. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hm. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht so weit ich weiß. Warst du anwesend als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Das war's jetzt. Ach. Ist das ein Scheiß, Mann. Wenn schon wieder nicht erwischt. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Wie? Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben Sie aufgemacht? Vielleicht haben Sie einfach nicht geguckt. Möglicher Komplize. Ich will wissen, wer es von denen war. Hä? Ah! Cool. Danke. Was? Das war jetzt ein bisschen komisch. Aber cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich denke mal, mit denen können wir nicht nochmal reden. Oder doch? Nee, ich glaube es nicht. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Ich glaube, der rechts war es, oder? Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören. Verstehst du? Zerstören! Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern? Den tue ich jetzt einen Speicher prüfen. Den habe ich gefressen. Der guckt so blöd. 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 Kein Speicher. Biokomponente 8451. Reguliert den Herzschlag. Ohne dieses Modul schaltest du dich in genau 63 Sekunden ab. Ich setze es wieder ein. Aber du musst mir die Wahrheit sagen. Bist du der Abweichler? Katze. Hank! Hank! Ich brauche Hilfe. Komm schon. Beväg deinen Arsch, Conor. Okay. Er ist ein Abweichender. Aufhalten! Ja. Gut, dass du hier warst, sonst wäre ich... Connor... Connor, nein! Das war jetzt ein komisches Ende. Oh, what the fuck, Alter. Alter Schwede. Connor hat sich für Hank geopfert. Oh Mann, da gibt's noch eins, zwei, drei andere Enden. Abweichler schießt Connor. Puh! Jo, meine lieben Freunde, ich würde mal sagen, wir machen Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ja.